Die evangelische Kirche hier ist von 1687 und dies hier ist die Orgel von Johann Christian Adam Gerhardt. Eine Orgel, die 1819 bis 1821 von ihm gebaut wurde und dann restauriert wurde 1997, 98, 99. Und das war gar nicht so leicht, denn die Orgel war von Holzwurm befallen und musste in vielerlei Hinsicht restauriert werden. Das heißt, erstmal wurde von der Restauratorin Gisela Sassermann überhaupt die Fassade neu gerichtet, damit man die 19 Register wieder schön herstellen konnte. Und zwar von dem Orgelbaumeister Hildebrandt aus Halle. Der hat dann diese wunderschöne Orgel wiederhergestellt in Originaltonhöhe, Originaldisposition und Klang. Diese Orgel ist betrost und geschmückt. Und da oben bedeutet das Alpha und Omega und die Wolken und die Sonne des Heiligen Geistes als Symbol für die Wahrheit der Bibel. Und Alpha und Omega ist Jesus Christus. Schön ist auch, dass die Tasten sehr lang und dünn sind. Das habe ich auch erlebt in Frankfurt an einer Orgel. Da muss ich kurz nachdenken, welche. Das war ich. Ich schicke den Link unten in die Kommentarbox. Diese ganz dünnen und sehr, sehr langen schwarzen Tasten, die hier weiß sind. Also dieses Art, Format an Manualen habe ich noch nicht so oft erlebt. Aber es erinnert mich an eine Frankfurter Orgel. Die hatte sogar noch so Striche in der Mitte hier, was die Länge noch betont hat. Und unten in der Infobox sende ich den Link zu der Orgel, die ich meine. Toll ist auch, dass man hier diese Schiebekoppeln hat. Das liebe ich. Schiebekoppeln. Heißt, manchmal sind die nämlich kaputt bei Orgeln. Bei alten historischen Orgeln. Aber hier ist sie in Ordnung. Das kann ich jetzt schlecht vormachen. Aber ihr habt es hoffentlich gesehen, weil ich ja noch das Handy in der Hand habe. Dass man koppelt, da darf man aber natürlich nicht spielen zeitgleich, das ist klar. Dann macht man sie kaputt. Dass man, wenn man koppelt, zieht man es raus und sonst wieder rein. Aber es gibt hier natürlich auch einen Koppelzug. Aber ich denke, der Koppelzug ist für das Pedal. Ansonsten muss man tatsächlich mit der Schiebekoppel arbeiten. Wenn man wahrscheinlich von oben nach unten koppeln will. Es ist wirklich schön, immer diese Treppen hoch zur Orgel zu gehen. Und sich zu fragen, zu welchen Zeiten welche Leute hier wohl ebenfalls hochgestiegen sind. Und das ist spannend. Hier ist sie, die wunderschöne Orgel. Eine außergewöhnlich Schütenprospekt. Ich und die zwei Türen. Schönes Pedal. Dunkles Pedal. Und unglaublich schöne Beschriftung. Wunderschöne Gisterzüge. Mit einem Tremolanten natürlich auch. Der schöne Tremolant ist leider nicht wieder herstellbar gewesen. Offensichtlich. Sehr schön, wollte ich noch sagen, ist dieses Pult. Denn ich finde es immer schwierig, vor allem für mich, wo ich sehr gerne in Noten reinschreibe, wenn die Pulte sozusagen Lücken haben, nur aus so einem kleinen Skelett bestehen. Ich habe dann mit spitzen Bleistiften und mit sämtlichen anderen Stiften Echtschwierigkeiten und Löcher in die Noten gemalt, weil ich dann immer in der Lücke landete, wenn ich ja etwas reinschrieb. Und deswegen sind solche Pulte geradezu optimal für mich. Hier kann man nach Herzenslust Noten beschriften. Nach Herzenslust. Von der Disposition fällt auf, dass Rühlmann, der bei Ladegast gelernt hat, der unter anderem bei Ladegast gelernt hat, dass diese Orgel oft eine Eoline in der Disposition haben. Und Gerhard dagegen hat das Nichts. Beide aber haben lieblich gedackt, schöne Achtfüße und Traversflüten. Wir befinden uns hier in Reichertswerben. Das ist ein Dorf, in dem um diese Uhrzeit an einem Sonntag gar nichts los ist. Aber sie haben wunderschöne Kirchen. Dieses Reichertswerben befindet sich zwischen Weißenfels und Merseburg in Sachsen-Anhalt und ist die Gegend von Rühlmann und auch Ladegast und anderen wunderschönen romantischen Orgeln, die hier in diesem Landstrich die Dorf- und auch Großkirchen mit ihren Instrumenten versorgt haben. Wir gehen jetzt und schauen uns diese hier an, in der evangelischen Kirche in Reichertswerben. Wir kommen vom hell ins Dunkle und ins angenehm kühle. Es riecht hier auch so richtig schön nach Dorfkirche, finde ich. Ich kann das schon am Geruch erkennen, wenn man das in eine Flasche packen würde und mir unter die Nase halten würde, wüsste ich gleich. Aha, Dorfkirche. Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Und jetzt sehen wir die Orgel. Wow, das ist ja eine ziemlich große Orgel für diese kleine Kirche. Das sieht toll aus. Wunderschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020